Hallo zu einer Folge ReptilTV Technik Heute zeige ich euch ein ganz schickes Teil Hier in der Box ist kein neues iPhone Sondern so ein hübsches Gerät Das Ganze ist ein Ultraschallkopf, ein Scanner Wo ich verwenden kann, um Reptilien Ultra zu schallen Man nimmt es ja viel in der Zucht Ich will wissen, ob ich Follikel oder Eier in dem Tier Man kann es für die Geschlechtsbestimmung verwenden Wenn ich ein Tier habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin Zum Beispiel Blauzungen, Skinke, Tannenzapfen, Echsen So Tiere, wo sich fast nicht sondieren oder fast nicht geschlechtsbestimmen lassen Kann ich beim Weibchen nach Follikel suchen, Gila-Echsen ein gutes Beispiel Kann ich per Ultraschall schauen, sind Eier drin, ist natürlich ein Weibchen Oder sind Follikel drin, ist ein Weibchen, ist nichts drin, ist kein Weibchen Beziehungsweise kann ich auch versuchen die Penisse irgendwo zu finden Dazu sind so Ultraschallgeräte optimal Früher hat man ja die, oder früher, auch jetzt noch hat man die großen Kisten mit Bildschirm und so weiter dran Jetzt gibt es dieses Sonop-Tech-Gerät Wirklich ein cooles Teil, da habe ich nur den Schallkopf Ich brauche dazu ein Tablet-PC Bevorzugt die Apple-Geräte, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen Der Hersteller empfiehlt die Apple-Geräte, weil sie einfach von der Bildschirmauflösung optimal sind Und ich brauche natürlich ein gutes Bild hier an dem Gerät Das Ganze ist denkbar einfach Ich fange hier an Ich gehe in den App-Store rein Auf Suche Ich brauche das Programm, das heißt Wireless Us Wireless Us Kommt hier schon Wireless Us HD Von Sonop-Tech, so heißt der Hersteller Das gehe ich auf Laden bzw. Öffnen In dem Fall, ich habe es bei mir schon runtergeladen Gehe das Programm direkt auf Also es erscheint dann bei euch hier auf dem Tablet Öffnet man Und dann bin ich in dem Programm drin Als erstes muss ich diesen Scanner hier an meinem Tablet anmelden, verbinden Ich gehe hier in meinem Tablet auf Einstellungen, habe hier WLAN Dann muss ich das Gerät hier einschalten, hier ist der An- und Aus-Knopf Ihr seht hier unten leuchtet die Batterie auf Einschalten Und dann blinkt hier dieses Symbol auf Hier unten, das heißt er sucht nach einem Empfänger Also er sendet jetzt hier aus Hier auf meinem Tablet erscheint das SL-2 bla 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 Das ist dieses Teil hier Mit diesem will ich es koppeln Ich tippe es an Dann fragt er mich hier nach Passwort Das Passwort steht hier hinten auf dem Scanner drauf Ist so ein Schlüssel mit Buchstaben, Zahlen, Punkten, alles mögliche Also SN-Doppelpunkt, nach dem Doppelpunkt geht es los Der kleine Gag hierbei, ich habe mir das erste Mal einen abgebrochen, ich habe das Ding nicht gekoppelt gekriegt Hier drauf stehen Großbuchstaben Ihr müsst diese Buchstaben alle in kleinen Buchstaben eingeben Also ich weiß nicht was der Hersteller sich dabei gedacht hat Wollt ihr da ein wenig ein Gag machen oder was Also das was hier als große Buchstaben ist, als kleine Wilhelm, Ludwig, Paula, Bertha, Gustav, Gustav, habe ich zweimal Gustav? Ich hoffe es Anton 097 und verbinden Jetzt hoffe ich, dass ich den Gustav zweimal getippt habe Also dann zeigt er mir hier oben an, ich bin verbunden mit dem Gerät Optimal, der zeigt mir hier den Namen von dem Gerät ein Beziehungsweise das ist gleichzeitig eben das Passwort Dann kann ich hier wieder in meine App rein Drehen wir das Ganze Im Moment steht sie noch auf Freeze Ich muss sie hier erstmal entfreezen Dann bei Einstellungen Enten haben wir Freeze Einstellungen Channel 1 ist schon drin Linke Hand Operation Kann man einstellen für Linkshänder, in meinem Fall Rechtshänder Also lassen wir das so Noch ein wichtiger Punkt ist die Die Helligkeit muss ich einstellen Also ihr müsst deutlich heller stellen Hier rechts ist der Einstellpunkt für die Helligkeit Müsst ihr deutlich hochfahren Also ich hebe es mir mal hier an den Arm hin Jetzt seht ihr Es kommt ein Bild Für das Ganze braucht man natürlich ein Kleitgel und am besten auch eine Schlange dazu Da holen wir uns jetzt mal eine Schlange Schauen was die an Follikel drin hat Dann kann ich euch das ganz gut zeigen Ich habe hier ein Königspüter und ich denke, dass die Eier drin hat Probieren wir es mal an der aus Ultraschall läuft immer hier mit so einem Gel ab Kennt ihr vielleicht selber vom Arzt Noch eine kleine Anmerkung zum Ultraschall selber Ist ja völlig harmlos für Mensch und Tier Das sind einfach Schallwellen Denen sind wir tagtäglich ausgesetzt Also ihr könnt euch selber, ihr könnt euer Tier schallen So viel ihr wollt Da könnt ihr nichts kaputt machen Könnt ihr nicht schaden Absolut harmlose Sache Von den Knöpfen her Der wichtigste Knopf hier gibt es einen Freeze Müsst ihr erstmal entfreezen, dass hier live steht Sonst seht ihr gar nichts Hier unten sind noch ein paar Knöpfe Zum Speichern Ist dieser Knopf Hier auch zum die Fotos aufrufen Und hier zum den Filmspeichern Saving Video Könnt ihr verwenden wenn ihr wollt Wahrscheinlich geht es euch ja erstmal darum Dass ihr seht was hier los ist Das war es eigentlich fast schon an Knöpfen Das einzige da oben noch Das zeige ich euch nachher Könnt ihr die Größe messen Von den Follikeln die ihr seht So jetzt gucken wir mal was wir hier finden Achso und wie vorher schon erwähnt Also dieser Dieser Helligkeitsregler der ist wirklich ganz wichtig Der ist am Anfang ganz unten Dann ist es recht dunkel Da seht ihr gar nichts Wenn ihr den wenig hoch macht Dann habt ihr ein richtig gutes Bild Jetzt ist mir das Tier aber ein bisschen weit weg gekrochen Also hier haben wir schon Zumindest ein Follikel Hier im Bild Hier sind wir auf Freeze Ich denke Auch wenn ich mir das Tier so angucke Wie dünn die ist Die wird sicherlich keine Eier drin haben Tun wir nochmal entfreezen Können wir noch gleich ein wenig weitersuchen Was wir noch so finden Hier oben ist ein kleiner Follikel Machen wir nochmal Freeze Das Gute man kann dann gleich ein wenig zurückfahren Hier sieht man das Beziehungsweise auch noch eine ganz tolle Funktion Die ich euch jetzt zeige Dieser An- und Ausknopf Der ist auch gleichzeitig der Freeze Knopf Also wenn ich hier am Schallen bin Und sehe was was mir gefällt Zum Beispiel hier diese kleinen Follikel Drücke ich hier auf den Knopf Freeze der sich ein Ich kann gleich ein wenig zurückfahren Und sehe hier so ein Ein Mini-Follikel Das Ganze noch Hier an der Seite ist eine Skala Das ist immer Also ein Teilstrich ist immer 5 Millimeter Wenn ich jetzt hier vergleiche Kann ich jetzt Pi mal Daumen vergleichen Dieses Follikel hat circa 5 Millimeter Also das sind so Follikel Die immer in einem Weibchen vorhanden sind Was mit Zucht und Paarung noch nichts zu tun hat Beziehungsweise ich kann es hier Wenn ich es ganz genau wissen will Kann ich es auch messen Hier die Länge Tipp ich an Close Setze meinen Punkt Moment nochmal Länge, okay Setze hier einen Punkt Setze hier einen zweiten Punkt Und habe hier 6,7 Millimeter Steht jetzt hier zum Beispiel So kann ich die Die Länge oder die Größe von den einzelnen Eiern messen Hier wieder löschen So kann ich das Tier untersuchen Mit diesem Ultraschallgerät Ich habe wirklich ein Picobello Tadelloses Bild Und der Clou oder der Gag An der ganzen Geschichte Ist einfach so ein großes Ultraschall Mit Bildschirm und so weiter Kurscht 4.000-5.000 Euro Dieses kleine Gerät Da seid ihr mit knapp 2.000 Euro dabei Immer noch viel Geld Aber wer in seiner Zucht So intensiv einsteigen will Kann ich euch das Ding hier Ans Herzen legen Oder nahelegen Ist wirklich eine optimale Sache Wie gesagt Das Ganze ist auch interessant Bei anderen Tieren Zur Geschlechtsbestimmung Ich muss sagen Ich habe da nicht viel Erfahrung Bei Echsen Wenn jemand von euch Erfahrung hat Wie gut es bei welchen Echsen Wie funktioniert Freue ich mich Über irgendwelche Anregungen Oder auch in der Community Könnt ihr es ja posten Was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt Oder wenn wir irgendwelche Veterinäre haben Die sagen Jawohl ich kenne mich da aus Kommt gerne mal vorbei Können wir zusammen probieren Die Echsen habe ich da Ihr habt das anatomische Reptilien-Know-how Dürfen wir gerne miteinander probieren Noch kurz zum Gerät nochmal selber Laden tut man es ganz einfach Also jetzt Wir drehen hier jetzt schon Einige Zeit Die Batterie geht auf Low Die Batterie letztendlich reicht schon etliche Stunden Also ich glaube Seit ich das Gerät besitze Habe ich es noch nicht einmal geladen Aber jetzt zeigt er hier Low an Da ist so ein Ladekabel dabei Hier hinten USB Beziehungsweise Mini-USB-Anschluss Einstecken im Computer einstecken Und das Gerät wieder aufladen Und dann habt ihr wieder etliche Stunden Spaß dran Zum Ausschalten Den Knopf hier lange drücken Dann blinkt es da unten Und Batterie verschwindet Das Gerät ist aus Das Gerät ist aus Und dann geht's Das Gerät ist aus